Es geht nicht um dein Leben, das gelobte Land. Ein Bild. In Bildern sollte ich reden, wo du ihn begriffen hast. Zum Herzen, wo du zum Hirn sprichst. In den die Schöne heim, in den die Schöne heim, Du, wem das Wort mit dem Bild davonläuft, du weilst, lebst selbst in den Bildern, die du vorgibst, fürs Volk zu erzeugen. Dem Ursprung, dem Gedanken entfremdet, genügt dir dann weder das Wort noch das Bild. Sichtbare Wunder musste ich tun, wo das Wort und das Bild der Mund hat versammt voll. Du warst meine Pfanne, wo kannst du nicht anderen mir, du bist mein Herz beteiligt. Da genügt dir nur die Tat, die Handlung, da machtest du den Stab zum Gesetz, meine Kraft zum Befeuer. Da begehrtest du leiblich, wirklich mit Füßen zu vertreten, ein unwirkliches Land, wo Milch und Honig fließt. Da schlugst du auf den Felsen, statt mit ihm zu sprechen, wie wir befohlen, das Wasser aus ihm blieser. Aus dem nackten Felsen sollte das Wort Erquickung schlagen. Niemals kam dein Wort ungedeutet ans Volk, mit dem Stab, deshalb sprach ich zum Felsen, in seiner Sprache, die auch das Volk versteht. Du sagst es schlechter, als du es verstehst, denn du weißt, dass der Felsen ein Bild ist, wie Wüste und Dornbusch. So gewannst du das Volk nicht für den Ewigen, sondern für dich, für seine Freiheit, dass es ein Volk werde. Dienen, dem Gottesgedanke zu dienen, ist die Freiheit, zu der dieses Volk ausgewählt ist. Der Gott, den du zeigst, ist ein Gott, der ummacht, muss erfüllen, was er versprochen hat, muss tun, um was er bewegen wird. Der Allmächtige ist verpflichtet zu nichts, durch nichts gebunden. Ihn bindet nicht die Tat des Träblers, nicht das Gebet des Guten, nicht das Opfer des Reugen. Bilder führen und beherrschen dieses Volk, das du befreitest, und fremde Wünsche sind seine Götter und führen es zurück in die Sklaverei der Gottlosigkeit und der Gemüse. Verraten hast du Gott an die Götter, den Gedanken an die Bilder, dieses ausgewählte Volk an die Wander, das außergewählte Volk an die Gewöhnlichkeit. Aufhalten des Sch members, der Reform der немного die Götter, das außergewählte Volk an die Götter. Lowndes Böhm und Jo slide noch am die later Götter, den Gedanken an die deuten, das gleiche Götter, das ist die Szene der St gedacht, der medlag er noch an den Sie gefallen hat. Immer wenn ihr euch unter die Völker mischt und verwendet eure Gaben, die zu besitzen ihr auserwählt seid, um für den Gottesgedanken zu kämpfen, und ihr verwendet eure Gaben zu falschen und nichtigen Zwecken, um im Wettbewerb mit fremden Völkern an deren niedrigen Freuden teilzunehmen, immer wenn ihr die Wunschlosigkeit der Wüste verlasst und eure Gaben euch zur höchsten Höhe geführt haben, dann immer werdet ihr heruntergestürzt von dem Erfolg des Missbrauches zurück in die Wüste. Gebt ihn frei, und wenn er es vermag, so lebe er. Aber in der Wüste seid ihr unüberwindlich und werdet das Ziel erreichen, vereinigt mit Gott. Applaus Applaus Vielen Dank.